Ob zu Hause oder unterwegs, der Rollator B von Bischof und Bischof wird Ihnen jederzeit eine hilfreiche Stütze sein. Der Rollator ist mit einem gepolsterten Sitz ausgestattet, wodurch Sie jederzeit eine kleine Ruhepause einlegen können. Mit einem Gesamtgewicht von nur 11,5 Kilogramm und den pannensicheren Rädern ist der Rollator B optimal für den Alltag geeignet. Ihre Einkäufe können Sie sicher in einem mitgelieferten Korb unterbringen. Das Tablett, das ebenfalls enthalten ist, ist eine optimale Abstellfläche für Ihre Handtasche oder andere Gegenstände, die Sie griffbereit haben möchten. Zudem ist am Rollator B ein praktischer Stockhalter angebracht. Daran können Sie Ihren G-Stock sicher befestigen und überall hin mitnehmen. Der Rollator B ist schlicht gestaltet und kann mit wenigen Handgriffen jederzeit platzsparend für den Transport zusammengefaltet werden. Bestellen Sie jetzt gleich online oder lassen Sie sich von uns beraten in Ihrem Onlineshop.